Wie kannst du schon so gut gelaunt sein? Ich brauche erstmal einen Tee oder einen Kaffee oder auch, Alter. Balu, hier, nimm dir eine Melone. Eine Melone ist saftig und die bringt Glück. Dankeschön. Balu, hier, nimm dir eine Melone. Ich schwöre dir, wenn wir zurück in der Stadt sind, kriegst du von mir eine Rückenmassage. Hast du gesehen, wie dunkel es noch draußen ist? Bist du sicher, dass wir jetzt schon loswollen? Es ist noch... Es ist... Es scheint früh am Morgen zu sein. Es ist halt früh am Morgen. Wir haben nicht lange geschlafen bei Luis. Basti, du hast mich in der Nacht geweckt. Ich bin halt so aufgeregt, Mann. Boah, wenn ich nicht so rückgeschmerzt hätte, würde ich mich glatt nochmal hinlegen. Aber, Junge, so kommen wir vielleicht... Ja, doch, es wird so langsam morgen. Vielleicht kommen wir so ungesehen zum Rebellenlager. Hier könnte ich eine kleine Treppe hier hochbauen. Mann, 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 Mann. Ey, du musst jetzt echt vorsichtig sein, ne? Also ich... Mit meinem Rücken komme ich jetzt nicht mehr überall hoch. Soll ich dich vorlaufen, äh, lassen, dass ich dich anschieben kann, Baluing? Ja, komm, wir gehen jetzt hier... Au, ah! Ah! Was war das? War das ein Krampf? War das ein Krampf? Ah, nee, ich muss einfach nur richtig pissen. Ah! Nee. Okay. Ja, dankeschön. Sowas bitte nicht mehr in meiner Nähe. Dankeschön. Alles klar. Too much info, danke. Du bist hier lang? Ja. Pass auf, da ist nochmal ein Skelett. Ah, die können nix. Au! Ah! Müssen wir hier hoch? Ja, Basti, ich glaube, wir kommen hier irgendwie... Ich glaube, ich müssen wir doch mal ein Stück handwerklich tätig werden. Oh, hier ist eine gelbe Blume. Aber es ist nicht die gelbe Blume, oder? Die hast du auch nicht mitgenommen. Ja, ja, die habe ich noch. Aber hier sind viele gelbe Blumen. Vielleicht ist es ein Zeichen vom Schicksal, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Oh, Basti, ich habe einen... Au, was machst du hier? Ja, ich hatte Durst. Ich habe eine Quelle gefunden. Oder hast du auch in die Hose gemacht, so wie ich gerade eben. Das, äh, das ist die... Nein, Basti, das hier ist reines Quellwasser. Hier, das ist eine richtig schöne Quelle. Jetzt ist es nicht mehr rein, Baloui. Jetzt ist das Wasser nicht mehr rein. Wow! Diese Quelle hier, echt? Ein schöner See, ne? Ja, so ein richtig schöner Bergsee. Aber nach einer Zeit wird es ein bisschen frostig. Huh! Ja, Basti, das ist doch zum Trinken, Haye, nicht zum Baden. Ich bin ja jetzt auch nur durchgegangen, weil ich gerade keine andere Wale habe. Ja, mein Gott. Huh! Oh, ist das die andere Seite? Wir sind durch den Berg durch. Schön hier. Wow! Richtig schön hier. Oh, wie kommen wir denn da runter? Da unten ist ein Wasserfall. Aber das hat weniger Schnee hier als gut ist. Aber ich glaube, Basti, wir sollten da jetzt mal runter. Glaubst du, wir sollen... Oh, guck mal hier. Ich gehe hier durch das Wasser. Du hast mir ja beigebracht, das Wasser hat mich vor Schlimmungen und Schäden bewahrt. Also, ui! Ja, aber du musst auch bedenken, Wasser ist nicht nett für Feuer. Ne, das stimmt, aber... Oh, guck mal, das ist ein Schwein, ne? So eine Rutschpartie hat nicht jeder. Oh, das ist schön hier. Ui! Hey, dieses Tal hier. Alter, dieses Tal hier, Alter. Baloui, wir könnten hier auch eine Stadt aufmachen. Ja. Eine, wo nur du, Yves und ich wohnen. Ach, das wäre ein Traum. Wir könnten für dich auch eine Verehrerin suchen. Wie wär's mit Early Boy? Du willst... Nein, so einer bin ich nicht. Oh mein Gott, Baloui, 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 komm mal kurz her. Ich bin hier oben noch, am Wasserfallgewicht. Komm mal hier hoch, komm mal hier hoch. Da hinten hat sich jemand mit Erde eine kleine Brücke gebaut, über so eine Schlucht. Vielleicht ist das ein Hinweis. Wo ist er denn, der Basti? Hier oben, hier oben, hier oben, hier oben. Ja, du bist richtig, alter Mann. Nein, hier! Guck mal, da hinten. Ne, Basti, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, aber schau mal. Das kann nicht richtig sein. Mein Suchzauber sagt mir, was? Da. Sehr interessant. Ne, Basti, das ist von der Natur her. Komm mit. Und was ist das da oben? Da oben schweben Blätter. Baloui, ich glaube, wir sind ganz nah. Baloui, es tut mir jetzt leid, dass ich nicht auf dich hören will. Ja, es ist okay, Basti. Du sagst, es geht nach da drüben. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Weißt du, in meinem Alter sind die Suchzauber auch nicht mehr das, wie sie mal waren. Aber Baloui, du bist trotzdem ein sehr guter Zauberer. Gib mir Mühe. Aber es gibt da Leute, die nicht an das glauben. Ja, ich habe irgendwie halluziniert. Es waren keine schwebenden Blätter. Es ist plötzlich jetzt doch ein Baum da. Okay. Also, Baloui, dann vertrauen wir deinem Suchzauber und laufen dir nach. Gehen wir mal ein bisschen mehr. Wo bist du? Hier zwischen den Bäumen, in den Bäumen, in den Bäumen. Ach ja, hier, okay. Ich muss, ähm, hast du noch das Feuerzeug mit? Ja, ja. Würdest du mal bitte einen der Bäume anzünden? Ich brauche mal ein bisschen Magie. Feuer! Feuer ist, gibt mir Kraft. Okay, ich muss gucken, in welche Richtung die Blätter, der Wind sich dreht und zieht. Da müsste ich so langsam, ja, ich habe eine Ahnung, woher wir müssen, komm mit. Jetzt habe ich hier einen kleinen Waldbrand verursacht. Das ist nicht so schlimm. Das gibt mir nur mehr Kraft. Das ist natürlich auch wichtig, nach diesen ganzen Eskapaden hier, bei dieser Reise. Da hast du es dir auf jeden Fall auch verdient. Ah, dankeschön. Oh, hier sind Wölfe. Ach, wie süß. Ich habe sogar Knochen mit. Hallo. Ich brauche einen Anhänger. Hallo. Oh, oh, er ist meiner. Wahrhaftig. Hey, komm mit. Nein. Hier ist ein ganzes Rudel. Möchtest du auch? Ich habe nur einen Knochen. Möchtest du es probieren? Oh, Mann. Baloui braucht einen... Ja, okay, warte mal. Hier, hier. Könnte sein. Warte, wo ist der Knochen? Hier rechts. Vielleicht kommt er ja direkt hinterher. Nö. Ah, schade. Egal. Ich bin dafür, dass unsere Brieftauben... Der Wind zog hier her. Ich bin dafür, dass unsere Brieftauben jetzt alle mal zu Baloui gehen und ihm eine Nachricht übermitteln, wie sein Hund heißen soll. Das wäre doch was. Wenn alle Kommentare von Baloui voll wären mit Namensvorschlägen, oder? Ja, das ist eine super gute Idee, weil ich wüsste nämlich nicht, wie ich ihn benennen soll. Oh, das ist... Ich meine, Basti. Also irgendwas... Sind wir nah? Oder ist hier was faul? Oh, da hinten brennt der Wald. Ist was faul. Wir müssen... Oh, da oben hin. Basti, da hoch. Guck mal, wo ich hingucke. Bin ich richtig? Nein. Da oben? Ja, da hoch müssen wir. Niemals so hoch, doch nicht. Basti, doch. Soweit ich meine Wolken gesehen habe, war das... Zog es bis hoch in die Wolken. Okay. In die Wolken. Dort hinten... Hä? Dort hinten brennt auch ein Wald? Da waren wir noch nicht. Äh, was? Das war aber jetzt nicht unser Wald. Sehst du das? Ne, da ist ein Lavasee. Da ist ein Lavasee, okay. So, Baloui, du entfernst... Uch, du entfernst wieder die Spuren. Ja, mach ich. Gut. So, dann geh ich mal hier weiter. Ich muss jetzt Koppel nehmen, leider. So. Oh, du machst hier wieder Sachen mit mir. Ach man, es tut mir so leid, Baloui. Aber es hat uns was Gutes, die Reise. Du hast jetzt einen Freund. Ja, die Frage ist nur, wie lange der Freund noch existiert, wenn er sich hier auf das Koppelbeweg geht. Mein kleiner Freund. Oh nein. Ich kann das jetzt nicht abbauen, Basti. Dann würde mein Freund sterben. Es tut mir leid. Ja. Da muss man manchmal Prioritäten setzen. Das verstehe ich voll und ganz. Jetzt habe ich endlich mal einen Begleiter. Ja, hey. Jetzt habe ich jemanden, mit dem ich zusammen in das Dorf ziehen kann. In welches Dorf? Ja, in unsere Stadt, die wir hier bauen. Mit Yves und dir und Hundi. Ach so. Ja, stimmt. Also doch nicht Early Boy. Warum denn? Warum willst du mich mit Early Boy zusammenbringen? Er ist so magieunbegabt. Das macht keinen Sinn. Warum sollte das keinen Sinn machen? Komm hier hoch. Wo bist du hin? Wo bist du? Weiter hoch. Weiter hoch? Ja. Aber da ist doch kein Schnee mehr, oder? Ah, wer weiß. Vielleicht findet man ja noch Schnee. Ha, ha, ha. Aber von da aus haben wir bestimmt eine gute Aussicht. Das hat echt nicht so... Oh, meine Güte. Nicht so ohne hier... Schönes Tal. Richtig schön. Oh, Basti, das ist ganz schön spannend, was wir hier machen. Wo bist du denn lang? Linksrum um den Berg. Sicher, dass wir hier lang müssen? Nein. Ich dachte, es wäre im Schneebium. Ja, das Gate, sein Banner, lässt auch darauf deuten. Aber ich sehe ein großes Schneebium. Ja, das ist das hier. Aber wo soll hier der Rebellionsstützpunkt sein? Tja. Aber ich vermute, dass wir irgendwie ganz in der Nähe sind. Ich habe gehört, dass gerade bei Nacht der Stützpunkt hell erleuchtet sein soll, weil er halt noch nicht so gut abgeschottet sein soll. Basti, bist du schon im Schneebium? Nein, nein, sollten wir dann hier ein Lager aufschlagen? Ich vermute, dass es in diese Richtung ist. Wir gucken jetzt mal. Hier lang. Ist alles so duster. Ja. Hm. Ha. Wollen wir gehen mal hier runter? Sind wir hier nicht schon mal entlang gelaufen? Nee. Hm. Ich weiß nicht, wird es gerade wieder Nacht? Nein, es ist einfach nur, weil ich unter dem Berg bin. Ich laufe hier schnell durch, nicht dass Monster plötzlich auftauchen. Und lässt mich zurück, wie immer. Ich renne nur vor und kundschafte aus, Balué. Okay. Kundschafte aus. Hm. Wir müssen hier durch. Was sagt dir, was sagt dir deine Spürnase? Meine Spürnase sagt, wir müssen noch mindestens 200 Schritte hier in Richtung laufen. Oh, Balué, ich hab's gefunden. Okay. Balué, ich hab's gefunden. Balué, Balué. Balué, komm, hier, 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 hier. Da unten, direkt da. Direkt da. Oh, wow. Oh. Das ist aber immer mega geheim hier. Oh, Mann. Also, also, oha. Okay, vorsichtig. Sollen wir mal reinschnüffeln? Ganz vorsichtig. Da können Fallen sein. Also, wenn ich eine Rebellenfestung bauen würde, dann hätte ich da überall Fallen. Oh, Mann. Das ist richtig gut versteckt. Also, da muss man, Revi, einfach mal ein dickes Lob aussprechen. Wirklich. Puh. Krass. Ähm, Balué, wie wäre es, wenn wir das Ganze jetzt einfach, ich sag mal, das Treiben sozusagen beobachten und wir schicken unsere Brieftauben los und sagen, dass, pass auf, wir brauchen einen markanten Punkt. Ja. Irgendwie, ähm, was wäre... Was ist mit der fliegenden Insel da vorne? Die da? Die kleine. Und dort, oh, ja, pass auf. Okay, dann machen wir es so, ähm, hast du Holz dabei? Nein, Basti, hab ich nicht. Ich auch nicht. Dann gehen wir da hin, fällen einen Baum und machen eine Kiste und Yves soll in die Kiste eine Blume, eine gelbe Blume legen, wenn alles in Ordnung ist und wenn nichts in Ordnung ist, wenn sie Hilfe braucht, soll sie Kohle reinlegen. Genau, und dann können wir uns immer noch überlegen, wie wir ihr helfen können. Wir sind ja jetzt schon mal beim feindlichen Außenposten. Ich meine, wenn, wenn alles in Ordnung ist und sie hier einfach, ich sag mal, auf einer geheimen Mission ist oder sonst was, dann, ähm, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, sag ich mal. Dann akzeptiere ich das auch. Ich meine, sie muss ja auch ihre Freiheiten lassen. Wo bist du? Ja, und wenn sie dann wieder in der Stadt ist, dann können wir ja das Treffen machen. Sie will sich ja mit mir treffen, Baloui. Ne? Genau. Ich glaube, du musst dich selber hochbauen. Ich kann leider keine Treppe fliegen. Ja. Dann musst du mir nachher kurz deine Pickaxe geben. Du bist ohne Werkzeug in die Berge gegangen. Ich hab mich einfach auf dich verlassen, Baloui. Basti, das ist sehr verantwortungslos. Ja. Aber ich hoffe, sie sieht das. Ich hoffe, sie sieht das. Wenn wir sagen, es ist eine schwebende Insel. Ich hoffe einfach, dass unsere Brieftauben richtig ankommen. Ja, ihr Brieftauben. Denkt dran. Fliegt und erzählt Yves von unserem geheimen, von unserem geheimen Kistenort. Setz ihn da hin. Pass auf, ich muss erst eine Kiste machen, ne? Wir haben auch nichts, um ihren Hinweis hinzuschreiben, ne? Oh, ich hab ein Schild mitgenommen. Basti, ich hab ein Schild mit. Ja, dann schreib drauf, für Yves. Für Yves. Aber es ist nichts drin, ne? Ja, das ist so. Ja, für Yves. Also, denkt dran, Leute. Yves soll hier oben, ich stell jetzt mal links und rechts noch eine Fackel hin, dass sie es vielleicht im Dunkeln sieht. Sie soll hier einfach ihre Antwort reinlegen. Wenn sie Hilfe braucht, soll sie ein Stück Kohle reinlegen. Und wenn alles gut ist, dann soll sie da eine gelbe Blume reinlegen. Wenn die gelbe Blume drin ist, dann können wir sicher gehen und können erst mal beruhigt sein. Genau. Sag ich mal. Balui, komm, wir bauen uns jetzt hier wieder runter. Du baust ab, weil du die Werkzeuge hast. Ich mach die Erde hier weg, damit es keiner merkt. Und dann, Basti, müssen wir uns hier irgendwo noch ein kleines Quartier suchen. Wir wollen ja jetzt nicht in die Rebellion einmischen direkt. Nein, auf jeden Fall nicht. Also, es ist ja so, es wirft sich alles so ein bisschen durcheinander. Plötzlich will Petrit alle versklaven und Revi ist wieder der Gute. Also, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie ich mich anschließen soll. Also, ich bin mittlerweile so weit, dass ich fast sage, ich könnte ein besserer Herrscher sein als alle beiden zusammen. Bau mal hier rein, so wieder, so einen kleinen Raum. Weil ich denke, oder Basti als König oder so. Also, irgendwas. Er hätte wenigstens eine Königin, wenn Yves das mitmacht. Aber wir wissen ja auch immer, du darfst auch nicht vergessen, Yves weiß immer noch nicht, wer du bist. Der Moment, wo wir es enthüllen wollten, da macht sie sich einfach von dann. Oh, Basti, 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 können wir noch was machen? Können wir uns bitte eben da draußen Wolle holen? Ah, für Betten? Bitte, ich schaff das nicht, nochmal auf Stein zu schlafen. Natürlich, hier ist ein Schaf. Ich hab doch Schaf zugehört. Haben wir Eisen? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich hab eine Wolle. Du hast eine Wolle, hier musst du nochmal schlafen laufen, oder? Ich habe vorhin, meine ich, noch eins gehört. Tja. Es reicht, wenn du mir die Wolle hinstellst, das ist schon okay. Okay, dann stelle ich dir die Wolle hin, aber ich schlafe für... Ah, da ist das Schaf, da. Da, da. So, wir haben drei Wolle, dann mache ich dir ein Bett und ich schlafe weiterhin auf dem Boden. Du hast dir das verdient. Ach, danke schön. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal für dich, für deine Hilfe auf jeden Fall. Und denk dran, ihr lieben Brieftauben, mir auch zu schreiben, wie ich meinen Hund benennen soll. Kommst du jetzt mal rein? Genau. Rein da, komm. Und wirf mir bitte was zu. Achtung, Achtung hinter dir. So. So, mach zu, ich mach zu. Wirf mir die Wolle mal kurz zu. So, und... So, hier, Baloui, mein Freund, mein Gefährte. Ach, der Raum ist noch ein bisschen zu lang. Ach, das reicht für mich. Du kannst dann leben. Das geht schon, das geht schon, ja. Okay. Okay. Dann gute Nacht, Baloui. Ein Monster in der Nähe, aber ist egal. Wir kümmern uns drum. Und dann, ihr lieben Brieftauben, denkt dran an die Hunde, denkt dran, Yves Bescheid zu geben. Und, äh... Guckt bei Basti vorbei. Und schlaft gut. Und auf jeden Fall bei Baloui vorbeischauen. Ciao. Auf Nacht. Auf Nacht.